Seid ihr dumm? Also ich gehe jetzt runter. Das klingt alles überhaupt nicht vertrauenswürdig. Schlechte Geräusche sind schlecht. Jetzt sind wir wieder in der Höhle. Ich höre mir dabei wahrscheinlich kein Lied brechen. Das wird dann nichts. Nice. Können wir jetzt bescheid sagen, dass wir ja Höhle sind? War das gerade die Tür? Nein. Delilah, someone locked me in the cave. Is this thing working? Delilah, send someone to the cave, please. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Scheibe. Warum kann er jetzt nicht aufschließen? Er hat eine verdammte Axt dabei. Kann er dann nicht hier dieses Zeugs davon abholen und dann mit dem Arm da durch und von innen wieder außen aufschließen? Hä? Okay. Komm, er wollen wir aufschließen können. Ganz am Anfang hat sie uns gesagt, dass Leute, die in die Höhle reingehen, nicht mehr wieder rauskommen. Wetten Sie, hat alle da reingeschickt in diese Höhle? Haben wir eine Höhlenkarte? Computer sagt nein. Da komme ich doch nie mehr zurück. Wenn ich jetzt hier drüber springe, dann war es das. Oh, ich dachte, das bricht weg. Was ist das? Is anybody down there? Die dummer, sauert Facebook! Könnte man nicht auch irgendwie Fotos machen? In der Tat. Kamera C. Das war's. Das, liebe Fische, war es an der Stelle komplett. Das sieht doch aber gut aus. según man hier zin. Voriger Hangg αλλά, deine Kleingました. Ger ihr Z Полdoor. Alle Burden aufindeer.